Ja, ihr Lieben, mein Thema heute Morgen ist Heilung durch die Vaterliebe Gottes. Und wir hatten ja letzten Sonntag einen wunderbaren Festgottesdienst mit einer ganz starken Predigt von unserem Andi Hellinger über die Wichtigkeit, das gesamte Wort Gottes auf sich wirken zu lassen. Könnt ihr euch noch erinnern, hat er sehr bildlich dargestellt und sich nicht nur ein paar Lieblingsstellen herauszupicken, die für uns leicht verdaulich sind, wie so ein süßes Marmeladetoast. Da erinnere ich mich immer noch gerne dran an diesen Gottesdienst, sondern dass man die verspeisen kann, sondern dass wir auch das Vollkornbrot, das geistliche Steak, ich mag Steaks, das geistliche Steak auch zu uns nehmen können, aber dass man auch richtig durchkauen muss. Ich möchte jedoch den Faden nochmal der Predigten davor aufgreifen. Und da war ja bei uns das Ehepaar Georg und Christine Schubert zu Gast. Das sind ganz, ganz alte Freunde. Die Christine, die kenne ich länger als meine Iris. Ja, also sind ganz gute und lange Beziehungen. Und die waren ja bei uns zu Gast und sie sprachen, haben dann zu dem Thema Lieben lernen, ein Lebensprogramm gesprochen. Und wer das noch nicht gehört hat, das kann man ja auf YouTube nachhören, das ist wirklich es wert, sich anzuhören. Und am Schluss ihres Beitrags haben sie uns dann noch sieben Punkte auch mit auf den Weg gegeben. Und die möchte ich nochmal wiederholen heute Morgen. Erstens heißt es da, oder haben sie geschrieben, wer liebt, stellt sich auf den anderen ein. Zweitens, wer liebt, hat ein großes Herz und gibt gerne. Drittens, wer liebt, lässt frei. Viertens, wer liebt, investiert in die Beziehung zu anderen. Fünftens, wer liebt, ist bereit, von anderen zu lernen. Sechstens, wer liebt, geht behutsam mit der Seele des anderen um. Ganz wichtiger Punkt. Siebtens, wer liebt, erträgt, wo die andere Person noch nicht heil ist. Sie haben das mehr auf die zwischenmenschliche Beziehung, in unseren Ehen, in unseren Familien, natürlich auch im Umgang als Geschwister miteinander und als Christen bezogen. Aber eigentlich kann man das auch alles auf Gott, unseren Schöpfer und unseren himmlischen Vater beziehen. Wenn es da heißt, wer liebt, der stellt sich auf den anderen ein. Denn, ja, dieser erste Punkt, Gott hat sich auf uns Menschen, die wir in Sünde gefallen sind und im ewigen Tod geweiht wurden, eingestellt und seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Zweiter Punkt, wer liebt, hat ein großes Herz und gibt gerne. Gott hat ein großes Herz. Und er ist unser Versorger. Und er ist der Geber aller guten Gaben schlechthin. Der uns Menschen mit allem ausgestattet hat, was wir brauchen. In 2. Mose 34, 6 und 7, ich lese mal die Hoffnung für alle Version. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe, das ist einfach, das zeigt sein Herz. Seine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Das ist alles Gebebereitschaft. Da gehört Vergebung auch dazu. Und es ist so schön auch in unserem Deutsch, dass das Wort Geben in Vergebung drin steckt. Doch ich lasse nicht alles ungestraft, weil er auch ein gerechter Gott ist. Der dritte Punkt, wer liebt, lässt frei. Und da hat es sich doch Gott auf die Agenda gesetzt, uns frei zu machen. Die wir in unserem Wesen, in unserer Erziehung und oftmals auch in unseren unguten Lebensweisen und Sünden und Verfehlungen gefangen sind. Und dazu hat er doch seinen Sohn gesandt, Jesus, von dem das Wort sagt, wenn nun euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So heißt es in Johannes 8, 36. Und dafür steht und wirkt auch der Heilige Geist. Und deswegen steht auch da geschrieben, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist was? Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Vierter Punkt, wer liebt, investiert in die Beziehung zu anderen. Gott hat in die Beziehung zu uns investiert, wie kein anderer. Mit seinem Sohn und seinem Heiligen Geist hat er uns doch alles gegeben, das Beste vom Besten. Und ich denke, da können wir mal dankbar sein. Und da können wir doch auch mal, nicht nur im Lobpreis, als Zeit des Lobpreises mal klatschen und jubeln. Amen. Wer liebt, fünfter Punkt, wer liebt, ist bereit von anderen zu lernen. Ja, kann das überhaupt Gott? Ist das überhaupt möglich? Denn er ist doch allwissend, allmächtig und allwissend. Gott, er braucht doch eigentlich nicht von uns zu lernen. Stimmt's? Aber, er hat es aber gemacht. Wie ich meine, ich habe gedacht, am Anfang, dieser Punkt, den kann man eigentlich aussparen, aber er hat es gemacht. Wisst ihr, wie er es gemacht hat? Er hat es gemacht, indem er in die Welt, in unsere Welt eingetaucht ist und Mensch geworden ist. Und alles, was wir als Menschen empfinden und empfunden haben, hat er auch empfunden. Das war vorher nicht als geistliche Person. Er hat schmerzkörperlichen Schmerz empfunden auf einmal. Er hat Leid empfunden, unsere seelischen Kämpfe miterlebt und Ängste. Und in Jesus alles das miterlebt. Sechstens, wer liebt, geht behutsam mit der Seele des anderen um. Jesus, haben wir vorhin schon gebetet, ist doch der Hörte unserer Seele. So sagt es das Wort Gottes. Er weiß genau, was unsere Seele braucht und ihr gut tut. Und er spricht und handelt auch dann entsprechend. Siebtens, wer liebt, erträgt, wo die andere Person noch nicht heil ist. Er ist es doch, der uns Menschen mit unserem Unheilsein und unseren Verprägungen ertragen hat. Und die unguten Auswirkungen in Form von Untreue, Rebellion, Unglaube, Zorn, Wut, Hass, Streit. Und man könnte die Liste fortsetzen. Alles ertragen hat und erträgt. Manuel hat dann den roten Faden Liebe weitergesponnen. Und eine wichtige Predigt über das Thema Veränderung beginnt mit Liebe gehalten. Und das am Beispiel von Jakob, der sich von Gott trotz bestimmter Widerstände, die mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seiner fleischlichen Natur zusammenhingen, er hat sich von Gott verändern lassen, dieser Jakob. Und er wurde vom Betrüger zum Gotteshelden. Aber warum? Warum wurde er vom Betrüger zum Gotteshelden? Weil da ein Gott war. Nicht aus sich selbst heraus hat er das geschafft, sondern weil da ein Gott war, der Jakob von Anfang an geliebt hat. Und der ihn nicht aufgegeben hat und auch nicht laufen hat lassen, sondern der ihm nachgegangen ist und mit ihm sogar am Jabba gerungen hat und ihn dann letztendlich gesegnet hat. Jakob ging aus dieser Begegnung zwar beschädigt hervor und so geht es auch uns. Nicht aus allem gehen wir als die strahlenden Heldinnen und Helden hervor, sondern manchmal gehen wir eigentlich geschwächt hervor und trotzdem ist es gut. Der Engel hatte dem Jakob ja die Hüfte ausgerenkt und der hinkte von diesem Zeitpunkt an. Aber Jakob wurde in seinem Inneren, in seiner Persönlichkeit heil und wurde dann zum Stammvater von Israel. Das ist das, was passiert ist am Jabba. Und womit wir jetzt hier beim Thema wären, heil werden durch die Vaterliebe Gottes. Jakob wurde von Isaac, seinem natürlichen Vater, hinten angestellt. Es wird nichts darüber berichtet, dass er als Sohn besondere Zuwendungen erhalten hat. Jakob musste sich das, wir wissen das, also die, die die Bibel kennen, er musste sich das Erstgeburtsrecht erkaufen. Er war ja ein kluger Händler. Hat er den Esau, das Erstgeburtsrecht mit dem Linsengericht abgekauft. Ziemlich günstig. War ein guter Deal. Und sich aber auch den Segen seines Vaters erkämpfen. Was wäre denn für ihn sonst übrig geblieben? Was wäre für ihn dann übrig geblieben? Das, was für Esau letztendlich dann übrig geblieben ist. Er musste sich den Segen erkämpfen, eigentlich erschleichen. Das ist das Bessere wahr. Und außer seiner Mutter, ich habe ja nochmal drüber nachgedacht, über das Leben von Jakob, außer seiner Mutter hat er eigentlich niemanden, der ihn wirklich geliebt hat. dem er voll und ganz vertrauen konnte. Und wie geht es da dir? Wie schaut es da bei dir aus? Hast du echte Freunde? Hast du Menschen, von denen du sagen kannst, die lieben mich vorbehaltlos? Hast du diese Rückendeckung, diese Abdeckung? Jakob hat es nicht gehabt. So ein Schwiegervater, Laban, der hat ihn ausgenutzt. Und dann seine besonderen, ihn und seine besonderen Gaben. Nur zu seinem Vorteil. Und ich glaube, Jakob war bis zu dem Erlebnis am Jakob ein innerlich tief verletzter Mann. Wie schaut es bei dir aus? So nicht vielleicht auch ein tief verletzter Mann oder eine tief verletzte Frau? Ein tief verletzter Junge oder Mädchen. Denkt er oftmals schon in die Kindheit, in die Jugend an. Jakob war ein tief verletzter Mann, der zwar eine Gottesbeziehung hatte, das kann man alles haben. Aber trotzdem gemeint hat, alles mit seiner eigenen Kraft bewerkstelligen zu müssen. Wisst ihr, was ich denke, was sein Lebensmotto war? Mir schenkt niemand etwas. Mir schenkt niemand etwas. Ich glaube, das war das Lebensmotto von Jakob. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Verletzte Menschen verletzen andere. Und so war es Lea, die ihm dann als Ehefrau untergeschoben worden ist, weil der ja zwar dann seine ehelichen Pflichten dann erfüllt hat, die aber sonst anscheinend mit Ablehnung gestraft hat. Sie war die Erstgeborene, aber die weniger Hübsche und fiel deshalb da hinten runter. Schon in der Familie davon labern, wurde von ihrem Vater, von ihrem eigenen Vater auch nicht so geschätzt. Und eigentlich hätte doch der, das habe ich mir gedacht, eigentlich hätte doch der Jakob gerade für die Lea ganz viel Verständnis aufbringen können. Er hat das selbst gelebt. Er wusste doch ganz genau, was es heißt, die zweite Geige spielen zu müssen. Und wie bitter es für einen ist, wenn andere immer bevorzugt werden. In dem Moment denke ich auch an die Krönung von Charles III., die ja gestern stattgefunden hat. Charles wurde ja in den jüngeren Jahren nie ernst genommen. Und seine Mutter dachte wohl, dass er die Position des Staatsoberhauptes nicht richtig ausfüllen kann. und hat dann auch bis zu ihrem Tod gewartet, bis er endlich dann mit, jetzt mit 74 Jahren selbst Großvater, dann König geworden ist. Und dann waren gestern die zwei Söhne, Prinz William und Prinz Harry. Und Harry musste von Anfang an die zweite Geige spielen, weil er der Zweitgeborene nur war. Und obwohl er dann auch der Liebling eigentlich von der Queen Elizabeth war und nicht der William. Aber anscheinend hat Harry Bitterkeit in seinem Herzen zugelassen. Insbesondere, als er dann auch noch den Eindruck hatte, dass es mit seiner Frau genauso geht. Dass es mit seiner Frau das gleiche Spiel von Ablehnung und Zurückersetzung läuft. Und die Medien waren und sind voll von diesem Bruder- und Familienstreit. Das war ja fast gestern, wenn man so die Zeitung aufmerksam gelesen hat, war der Harry fast genauso dick dabei wie die Krönung selbst. Ja, von daher ist das Thema doch, unser Thema heute Morgen doch hochaktuell. Doch nochmal zurück zu Jakob und Lea. Ja, Jakob behandelte Lea genauso, wie er behandelt worden ist. Lea musste sich Beachtung und Gunst bei ihm erkämpfen und leider hat es nicht funktioniert. Sie blieb die weniger von Jakob Geliebte. Und Geschwister, ich sag euch, in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Da kannst du machen, was du willst, weil du kannst das Herz von anderen Menschen nicht verändern. Und das Erste, was wir heute Morgen auch mitnehmen können, ist, höre auf, Anerkennung, Wertschätzung, Beachtung und auch Dank bei Menschen zu suchen. Die Gefahr ist sehr groß, enttäuscht zu werden. Und wenn du enttäuscht bist, dann hast du dich eben getäuscht. Du kannst dir Liebe, Annahme, Wertschätzung nicht erzwingen. Du kannst es nicht erzwingen. Weder Jakob noch Lea konnten die Liebe, Anerkennung und Wertschätzung ihrer Väter erzwingen. Und Lea hatte diesen verletzten Mann, den sie trotzdem geliebt hat. Aber sie machte dann eines richtig. Sie schaute von ihrer, irgendwann an einem bestimmten Punkt schaute sie von ihrer Lebenssituation weg und setzte ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott. Das hat sie überleben lassen in dem Ganzen. Und deshalb hat sie ihrem vierten Sohn den Namen Judah gegeben. Von jetzt an will ich auf dich schauen, Herr. Von jetzt an will ich dich preisen. Judah heißt ja Lobpreis. Und meine Bestätigung, meine Anerkennung von dir beziehen und nicht von Menschen. Hat, wenn wir das aufmerksam lesen, hat es zwar weiter versucht, auch bei Jakob anzukommen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber für Lea war das der Schlüssel, warum sie nicht aufgegeben hat. und hätte Lea aufgegeben, wäre eine Katastrophe gewesen für uns, für dich und für mich. Bei drei Viertel der Bibel wäre nicht geschrieben worden, wenn ich Lea gewesen wäre. Drei Viertel der Bibel haben unter anderem die Psalmen und Mose, die fünf Bücher Mose und vieles, vieles andere wäre nicht vorhanden, wenn nicht Lea den Söhnen das Leben gegeben hätte und vorher aufgegeben hätte. Und am Schluss war es doch dann so, dass nicht Rahel, sondern sie, die Lea, im Grab neben ihrem Mann lag. Weil Gott nicht nur den Jakob, sondern auch seine Frau Lea geliebt hat und sie zum Ziel hat kommen lassen. Ich möchte euch heute Morgen noch ein weiteres biblisches Beispiel bringen. David war der jüngste der acht Söhne Isais. Und beim Besuch von Samuel, der den neuen König Israels salben wollte, war er als einziger nicht anwesend. Und er musste, während alle anderen Söhne anscheinend in feine Klamotten gesteckt worden sind und dem Samuel vorgeführt worden sind, die Schafe hüten, was schon recht seltsam ist. Wird ihr den nicht auch? Dass der ein Sohn, der jüngste Sohn, einfach da außen vor gehalten wird. Und manchmal sind es ja die Jüngsten, ja? Wir haben das in unserer eigenen Familie, die zwei Großen, die sagen immer, der Benni, das ist der Verwöhnte. Vielleicht ist auch ein bisschen was Wahres dran. Ja? Aber wer soll ja nicht reden über die, die nicht da sind. Und der ist momentan auf der Hochzeit von dem Karlozzi, von dem David Karlozzi. Daniel, Entschuldigung, Daniel Karlozzi in der Schweiz. In der Schweiz. Ja, dafür reden wir jetzt nicht über ihn. Wir lieben dich, Benni. Du wirst es ja nachhören, hoffentlich. Ja, manchmal sind es ja die Jüngsten, die am meisten verwöhnt werden, aber manchmal kann es auch anders rumlaufen. dass du als Jüngster überhaupt nicht vervollgenommen wirst und damit auch familiär hinten runterfällst. Das Buch der Psalmen ist aber voll davon, dass sich David Liebe und Anerkennung nicht von Menschen, sondern bei Gott geholt hat. Von seinem Bruder und von seinem Vater und von seinen Brüdern konnte er nicht viel erwarten. Sie können mal in 1. Samuel 17 nachlesen, wie sein ältester Bruder Eliab mit ihm umgegangen ist, wie der ihn regelrecht niedergemacht hat, öffentlich, vor allen anderen. David hatte jedoch diese innere Festigkeit, schon bei dieser Geschichte, er hatte diese innere Festigkeit, die hat er nicht von Natur aus gehabt, weil die Familie so toll war, in der er aufgewachsen ist, sondern er hatte diese innere Stärke schon als junger Mann, durch diese tiefe Beziehung, die er mit Gott gehabt hat. Die Psalmen sind ja das Gebetbuch der Bibel und sie zeugen davon. Und so konnte er auch diesen geistlichen Angriff und es war ein geistlicher Angriff, da war der Feind direkt dahinter, hat seinen ältesten Bruder benutzt, ihn letztendlich abzuhalten, diesen Sieg einzufahren für das ganze Volk. Im Feind, im Teufel, ich habe es in einer anderen Predigt schon mal gesagt, im Teufel ging es um viel, viel mehr, nur, der wollte zwar natürlich auch die Beziehung zwischen den Brüdern zerstören, der versucht natürlich auch immer wieder Streit und Zwietracht in Familien reinzubringen und Ehen, um uns alle zu blockieren, aber er hat größere Ziele, er wollte Israel kaputt machen, das war sein Ziel und er hat ihm das gedient und er hat auch den Eliab gebraucht und Eliab war ein gottgläubiger Mann und Geschwister, auch uns kann es passieren, dass wir uns zum Instrument des Feindes machen lassen, weil wir dann einfach aus einer anderen Quelle heraus gegen andere, gegen Geschwister vorgehen, dass da Bruderstreit, Geschwisterstreit entsteht und das soll so nicht sein. Lasst uns unsere Goliaths besiegen und die werden nicht besiegt, indem wir miteinander streiten. Im Psalm 2, Vers 6 bis 9 schreibt David und ich glaube, das war er, ich habe mal nachgelesen so, also manche vermuten, dass es jemand anders war, weil da nicht David steht, aber in der Apostelgeschichte 4, Vers 25, 26 wird David als Urheber benannt, dieses Psalm, und das glaube ich auch. Was steht da? Ich habe, ich aber habe meinen König eingesetzt, auf meinen heiligen Berg Zion, kundtun will ich ihm den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter schlagen, wie die Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und David wusste ja noch nicht, dass Jesus irgendwann mal aus seiner Abstimmung heraus kommen würde und aus seinem Blut heraus, aus seiner Blutslinie heraus folgen würde, der Messias und den dann dieses prophetische Psalmwort im Ganzen, in der ganzen Fülle betrifft, sondern ich denke, er hat das und das auch ganz zu Recht erst mal auf sich bezogen. David war ja der Vorschatten von Jesus, unser König, der ja unser König, Priester und Prophet ist und das hat ja David auch gemacht, er hat mal geopfert, er hat prophezeit, er war genau das gleiche, König, Priester und Prophet. Und so, ich denke, da hat er was gehabt, was all die anderen Israeliten nicht hatten. Die hatten noch kein Verständnis davon, dass Gott ihr Vater sein kann. Aber hier steht's, ich glaube, das Psalmwort ist eins der ganz, ganz wenigen im Alten Testament. Ich glaube, das einzige, was auf eine Person bezogen, auf eine einzelne Person bezogen ist, dass sich Gott als Vater offenbart. Geschwister, Eltern mögen versagen und im Fall des David ging das anscheinend wirklich sehr weit. Im Psalm 27, Vers 10, lest da mal die Elberfelder Version, was hat er da geschrieben oder gedichtet? Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Und ich glaube, er hat nicht einfach nur, dass ein schönes Lied, also ich denke, das ist auch keine schöne Aussage, dass da ein schönes Psalmlied entsteht, er hat es so geschrieben, sondern ich glaube, es war eine reale Situation. Irgendwann mal war eine Situation, wo ihn Vater und Mutter, die eigene Vater und Mutter im Stich gelassen haben. Komplett im Stich gelassen haben. Paulus ging es dann später, Jahrhunderte später genauso, weil er gesagt hat, niemand stand mir bei, aber der Herr stand mir bei. und hier schreibt David, aber der Herr nimmt mich auf. Aber lasst uns mal wenigstens einen Teil des Psalms 27 lesen, weil es ist ein einzigartiges Zeugnis davon, wie geistlich und seelisch David gesund war, trotz aller Angriffe auf sein Leben. Lass uns mal den lesen von David. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie es, die stürzen. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuverlässlich. Das ist seelische Gesundheit, Geschwister. Er und die werden umkommen, also bleibe ich zuverlässig. Immer wieder berichtet David in dem Psalm, dass er die heilende Gegenwart Gottes gesucht hat. Dass er sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat, allen Schmerz und alle Sorgen bei ihm abgeladen hat und dass er bei Gott Schutz gesucht und sich bei ihm geborgen hat. Gott war ihm der Vater, der ihm sein natürlicher Vater, der Israel nicht sein konnte. Für Isai war David doch nur ein Sohn ferner liefen. Wie schaut es bei dir aus? Wirkst du dich bei Gott? Schüttest du dein Herz vor Gott aus? Wenn du in Nöte kommst, wenn du angegriffen wirst, wenn Menschen über dich schlecht reden oder was auch immer. Johannes 5 jetzt gehen wir mal ins Neue Testament gehen wir mal zu Jesus Jesus hat uns Gott ja als seinen Vater und als seinen und unseren Vater offenbart. Er hat uns tiefe Einblicke davon gegeben, welche eine Beziehung er zu seinem himmlischen Vater hat und da steht da in Johannes 5 Vers 19 und 20 da antwortete Jesus und sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Das war sein Verständnis, sein Selbstverständnis. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Jesus hat keine Angst gehabt, dass sein himmlischer Vater Geheimnisse vor ihm hat, sondern er hat gesagt, er zeigt mir alles, er gibt, er gibt mir alles, er teilt mir alles mit, er offenbart mir alles, er offenbart mir sein Herz. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeichnen, damit ihr euch noch verwundern werdet. Johannes 10 Vers 29 und 30 hat er gesagt, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Dieses Wort ich und der Vater sind eins, das haben Leute dann für eine falsche Theologie benutzt, dass sie wirklich tachten, dass Jesus der gleiche ist wie der himmlische Vater. Aber das ist natürlich eine Irrlehre. Ich würde dazu sagen, Jesus ist nicht der Vater, sondern Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er kann nicht zur Rechten von sich selber sitzen. Es ist der himmlische Vater, der dem auch Jesus, von dem Jesus alles erhält, alle macht und dem Jesus auch alles wieder zu Füßen legen wird, auf das Gott alles in allem sei, so sagt die Schrift. Und das war es, was Jesus zwar als Gottessohn, aber auch als ganz normaler Mensch wie du und ich, sowohl geistlich als auch seelisch und körperlich gesund erhielt. Das war es, was ihm Kraft gab, diese tagtäglichen Angriffe und Ablehnungen, das war nicht das Pharisäer, die ihn Tag für Tag aufs Korn genommen hatten, die Sadduzeer und vielleicht noch andere Leute aus dem Volk, dem zu widerstehen. Und in Hebräer 5, Vers 7, da lesen wir auch nochmal diesen Schlüssel, den auch David einfach auch uns hier weitergibt. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor denen gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Auch Jesus hat sein Herz bei seinem himmlischen Vater ausgeschüttet. Ihr Lieben, wir sehen die Gegenwart und vor allem die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater hat schon Jakob und Leer David und vor allem Jesus und sein Herrn immer wieder neue Kraft und seelische Gesundheit gegeben. Und ich denke, Jesus blieb auch körperlich gesund, weil er solch eine innige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater hatte, weil er war da geschützt, bis zu dem Zeitpunkt, als er preisgegeben werden musste, als er für uns zur Sünde wurde. Da hat Gott seine Hand wegziehen müssen, damit das, was dich und mich errettet hat, geschieht. Dass Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, aber dann auch wieder aufersteht und lebt und der ewige König ist. Sein leiblicher eigentlich Stiefvater könnte man sagen, sein leiblicher Vater, der Josef, konnte das doch nicht gewährleisten und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können das auch nicht gewährleisten. Wir können für unsere Kinder beten, wir können alles tun, aber unsere Kraft ist begrenzt, nur Gott kann das. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat sich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er hat sich auch in völliger Abhängigkeit von Gott gegeben. Der Sohn, hat er gesagt, kann von sich aus nichts tun, außer was er den Vater tun sieht. ich will jetzt noch mal sagen, Reife in der Welt ist, dass du alles selber machst, dass du alles selbst entscheidest, endlich bin ich 18, endlich kann ich machen, was ich will. Aber Reife im Reich Gottes ist genau das Gegenteil, ist abhängiger und abhängiger zu werden vom himmlischen Vater, abhängiger und abhängiger zu werden von seinem Heiligen Geist. Wir leben in der Welt und ich denke, das wissen wir und haben es erlebt und jeder von euch könnte hier nach vorne kommen, könnte erzählen aus seinem Leben, in der Welt geht es ohne Wunden und Verletzungen sowohl körperlich, seelisch als auch geistlich nicht ab, stimmt's? Und jeder Mensch, der heute morgen da ist, ist auf oder auf YouTube auch mitschaut und diese Predigt verfolgt, jeder Mensch hat eine individuelle Verletzungsgeschichte, stimmt's? Aber da ist ein Gott, der uns, der dich und mich vorbehaltlos liebt. Aber da ist ein Gott, der sein Büro immer geöffnet hat. Vorhin haben wir Abendmahl gefeiert und da haben wir gebetet, dass diejenigen, die besprengt sind mit dem Blut des Lammes Zugang haben zum Vater alle Zeit. Welch ein Vorrecht! 24 Stunden Tag und Nacht ist das Büro Gottes geöffnet. Keine Ferien, keine Feiertage. Könnte Gott auch mal sagen, nehme mal eine Auszeit. Wäre schlecht, wenn Gott eine Auszeit nehmen würde. Er ist und er will für dich da sein. Er weiß, dass deine, meine, unsere Eltern, unsere natürlichen Eltern nicht perfekt sind. Er weiß, dass vieles schief laufen kann, wie schon damals es war bei Jakob, bei der Lea und bei David. Er hat nicht nur seinen Sohn gegeben, dessen Opfer auch für dich gilt. Sondern er hat auch seinen Heiligen Geist ausgegossen. Es ging ja weiter. Der Sohn ging zum Vater, er musste zum Vater gehen, hat seine Gründe und er wird ja wiederkommen, aber bis dahin hat er uns den Heiligen Geist gegeben und wir können so dankbar dafür sein, dass wir den Heiligen Geist haben, der Geist über Raum und Zeit ist, der hier wirken kann, aber gleichzeitig zu Hause bei irgendwelchen Menschen, die krank sind, bei deinen Verbanden, denen es vielleicht nicht gut geht. Da kann er jetzt genauso wirken. Das ist das Besondere an dem Heiligen Geist. Und vorher war der Heilige Geist nur in einer Person, Jesus. Und er wirkt jetzt. Und er hat diesen Heiligen Geist ausgegossen, den Geist des Vaters, den Geist des Sohnes, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da habe ich mir gedacht, wieso heißt es eigentlich, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wisst ihr was? Kraft, Liebe und Besonnenheit, das ist was wir Väter haben sollten, stimmt's? das gehört eigentlich zur Vaterschaft, ja, und das ist der Geist des Vaters, der Kraft hat, der Situation verändern kann, wo wir einfach, wo alles für uns zu groß und zu stark ist. Pass mal auf, wenn mein Vater kommt, ne, pass mal auf, der hat Muckis, der kann das verändern, ja, und so was. und aber auch der Liebe, des Verständnisses, der Vaterliebe und seit 36 Jahren mittlerweile sprechen wir Sonntag für Sonntag den Segen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist dieses wunderschöne Bild des Vaters, der auf seinen Sohn, auf seine Tochter schaut und sein Angesicht leuchtet. Er schaut dich und mich freundlich an. Da braucht man gar nicht solche lieblichen Bilder mit, was man mal ein bisschen verkindlicht ist und was uns Männer dann ein bisschen abstößt. Ja, wenn dann irgendwelche Frauen dann oder Mädels dann irgendwo diese Vaterliebe so sehen, dass sie da im Schoß des Vaters sind und darum schaukeln und jetzt wie die ja, das liegt uns nicht so, sondern wir können mehr damit anfangen, wenn der Vater uns in Arm nimmt wie den verlorenen Sohn und jeder von uns ist eine Art verlorener Sohn, wenn wir uns in Arm nehmen und vielleicht auch Tränen fließen und er dich und mich freundlich anschaut, sein Gesicht leuchtet, Liebe, der Geist der Kraft der Liebe und so lasst uns auch gespeist sein von dem und so lasst uns auch miteinander umgehen und der Besonnenheit ein Vater ist besonnen, junge Männer sind das oftmals nicht so, mein Vater ist besonnen, es ist der Geist der Besonnenheit, alles alles das eben was echte Väter ausstrahlen sollten, das hat dieser Heilige Geist und womit sie auch uns Rückendeckung geben soll dieser Geist Gottes der ist jetzt hier glaubt ihr das der ist jetzt hier der ist ausgegossen der ist hier unter uns alles bis Gott durch sein Wort verheißen hat wir werden ihn jetzt darum bitten Heiliger Geist offenbare du uns die Liebe Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus und ich weiß eins dass er antworten und handeln wird denn dazu ist er gekommen ich habe den Eindruck dass wir einfach jetzt folgendes machen dass einfach älteste und also Gemeindeleitung aber auch die Leiter und Leiterinnen nach vorne kommen einfach beten dass wir einfach da noch ein Segnungsteil haben und dass unser Gebet ist wirklich auch für die Geschwister hier offenbare du ihn die Liebe des Vaters ein Geist der Furcht der verschwindet nicht indem du die Person anschreist und sagt im Namen Jesu Furcht weiche da ist gerade die ängstliche Person die von Furcht gefangen ist die wird noch ängstlicher so funktioniert das nicht sondern da ist doch er dieses Gebet angebracht dass du dem Bruder die Schwester in den Arm nimmst oder ihm die Hand auflässt und sagst Vater im Himmel Heiliger Geist offenbar du jetzt die Liebe des Vaters weil die vollkommene Liebe so sagt die Bibel reibt die Furcht aus nicht da immer geistlich manchmal ist das ja die Liebe ist das stärkste sagt das hier stark wie der Tod die muss nicht geschrien werden sondern die muss praktiziert werden gesagt werden ausgesprochen werden und weitergegeben werden und lasst uns das jetzt tun einfach kommt nach vorne in diesem Segnungsteil das Lobpreisteam wird noch auch ein Lied spielen und ich möchte einfach jetzt schon auch euch den Segen zusprechen sind Segen weil wir machen einfach dann ein offenes Ende und so können auch alle anderen auch aufstehen und diesen Segen des himmlischen Pfades empfangen Herr segne euch und behüte euch der Herr lasst sein Angesicht leuchten über euch und sei gnädig der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Shalom Shalom Gebe euch seinen Frieden in Jesu Namen Amen Amen